Jetzt neu im Handel bzw. nur bei uns und im Internet das Netzpolitik-Jahrbuch 2012 von A wie Akta bis Z wie Zensur. In 42 Artikeln schreiben 36 Redakteure und Redakteurinnen über die unterschiedlichsten Facetten von netzpolitischen Themen des vergangenen Jahres. Das gibt es einmalig, virtuell, im Netz oder analog bei uns, solange der Vorrat reicht. Wenn du uns deine Daten schickst, wir haben ein Formular, schicken wir dir unsere Kontodaten. Wenn du uns mindestens 10 Euro überweist, schicken wir dir ohne zusätzliches Porto eins oder mehr dieser Bücher zu. Gerne auch auf Wunsch signiert mit einem Netzpolitik-Aufkleber oder sonst was. Die Bücher müssen weg. Wir brauchen Geld. Du kannst uns unterstützen. Danke.